Der grüne Pass in Israel ist bald Geschichte. Der Zugang zu Lokalen und Events ist ab 1. Juni fortan auch wieder für Nicht-Geimpfte möglich. Denn in Israel sollen ab Juli alle im Kampf gegen die Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen aufgehoben werden. Gleichzeitig sollen jedoch Beschränkungen für Touristen aus dem Ausland in Kraft bleiben und womöglich sogar verschärft werden, um ein Einschleppen von Virusvarianten zu verhindern. Inzwischen sind mehr als 5 Millionen Menschen und damit 55 Prozent der Bevölkerung zweifach gegen Corona geimpft. Derzeit haben nur vollständig Geimpfte oder Genesene mit einem grünen Pass Zugang zu Restaurants, Bars und Sporthallen. Ab Juni sollen auch Menschen, die nicht geimpft sind, überall Zutritt bekommen. Seit Mitte April ist das Tragen von Masken auf öffentlichen Plätzen nicht mehr erforderlich, sondern nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und geschlossenen Räumen. Ab Juni soll die Maskenpflicht nur noch in geschlossenen Räumen gelten. In den schlimmsten Phasen der Pandemie hatte Israel täglich rund 10.000 Neuinfektionen gezählt. In den vergangenen 24 Stunden wurden lediglich zwölf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet.